Hallo und herzlich willkommen zurück zu COD WW2 und wir machen heute mit der Ardennen Offensive. Sechs Wochen ist es her, dass Tana getötet und ich befördert wurde. Weihnachten. Wir verschanzen uns in den Wäldern der belgischen Ardennen. Es ist so kalt, dass wir Eiszapfen pinkeln. Das wird ein Kampf. Das wird auch ein Kampf. Ardennen sind ja mehr oder weniger das Schlimmste, was passieren konnte. Mit Tana haben wir unseren Beschützer verloren. Paul. Ich will als Held zurückkehren. Aber nun, da Pearson das Sagen hat, komme ich vielleicht nie nach Hause. Oh, harte Worte. Frohe Weihnachten, Turner. Oh, und Turner. Pearson macht den Bauernjungen zum Corporal. Was sagen Sie dazu? Wohl, dass du immer noch der alte Drecksack bist, Aiello. Hört auf damit. Auf Turner! Auf Turner! Verdammter Knirkspilz! Oh. Immer der Erste, was? Sehen Sie mich nur an. Ja, genießen Sie den Abend. Denn morgen, wenn der Konvoi da ist, stehen Sie vorn und verteidigen ihn. Und Turner ist nicht da und wird Sie schützen. Hey, Locker! Locker. Sie sind jetzt Corporal, was? Ja, lassen Sie mal sehen, wie locker das läuft. Na los. Geben Sie mir einen Grund. Ja, dachte ich mir. Sechs Jahre dienen wir zusammen. Sechs. Verschissene Weihnachten. Ah, der Konvoi kommt durch und wir müssen dafür sorgen, dass er den Rhein erreicht. Wir müssen nur die Kälte überstehen. Ja, vielen Dank. Und Piersen. Die Kälte ist ja schon die Schlimmste. Ardennen-Offensive, 25 Dezember 1944, Ardennen-Bilgien. Er hat sie der Ablösung gestohlen. Der Arme ist da vorn. Wenn Piersen nicht so geizig mit dem Nachschub wäre, müsste ich nicht stehen. Schon okay. Sie haben dem Jungen eh nichts genutzt. Wo ist der Bauernjunge, den ich mal konnte? Sag Bescheid, wenn du ihn siehst. Hm. Soll ich auch mit meiner Süßen an einem warmen Feuer kuscheln? Wenn ich mir mit euch Pennern den Arsch abfrieren kann. Oh, scheiße. Hi, hallo. Zurück an das M-Gain. Ja, Sergeant. Sergeant. Gibt es noch mehr Mäntel oder Decken? Sie haben mehr als genug. Der Ostgraben wurde angegriffen. Bringen Sie den Jungs da eine Munitionskiste. Ich nehme die Munition. Aiello ist fast leergeschlossen. Nun, dann sollten Sie jeden verdammten Schuss ins Ziel bringen. Arden. Und der könnte noch eine Weile brauchen. Na gut, das haben wir ja noch. Na, Jungs. Seid ihr alle nicht sonderlich weit? Daniel. 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 Ach, da ist er nicht mal mehr, wirklich. Von Überzeugung. Hier war was. Hier war der. Da. Der Sneaper. Und Bill Thompson. Bis ganz darüber. Na, danke. Hier, Jungs. Was hast du denn in dieser Gegend verloren? Munition für alle. Sieh an. Er ist der gute alte Nikolaus. Wir verhören doch unseren Baum. Was hast du dabei? Schokolade? Trockene Socken? Scheiße. Deutsche auf dem Hügel. Zwölf Uhr. Aufmerksam. Ah. Lass sie ab. Mit der Metz. Sieh da rein. Ups. Was das? Nach mir suchen. Das war auf jeden Fall nicht die Letzten wahrscheinlich, wa? Da ist noch einer. Gut geschossen, Daniels. Die Elkortwäsche habe ich mit dem. Tja. Werd dich besser mal beim Kommando Zelt. Jawohl. Ich habe alle weggeschossen, die möglichst da waren. Mit meinen Sneaper. Aber wenigstens für die Artillerie-Unterstützung, weil die ist echt wichtig. Na, Jungs. So, Kommando Zelt. Was ist denn für eine Überraschung? Das ist Howard. Schön, Sie kennen zu lernen. Guten Tag. Hatte nicht erwartet. Mit einem so guten Pionier zusammenzuarbeiten? Howard's Kompanie hat den Kamm angenommen. Dass Sie die kämpfen lassen. Oh ja. Sterben lassen Sie uns auch. Gut. Wenn dieser Konvoi durchholt, bitte die Hölle losbrechen. Ich dachte, die Reserve kämen. Wir sind die Reserve. Sergeant, fordern wir Luftunterstützung an. Sieh mal einer an. Daniels hat gemerkt, dass ein Corporal ist. Das Funkgerät geht. Ich würde mich nicht auf Hilfe verlassen. Zum Piloten habe ich schon genug zu tun. Der Konvoi ist hier mit Vorräten. Nehmt, was wir tragen können. Jetzt müssen wir diese Jungs nur noch sicher bis zum Reinbringen. Ja, wir können um eine Wurte stehen. Das ist ja nicht auf dem Mist. Oh, na danke. Fuck. In mein Graben! Ich bin unten. Das liegt ja schon. Ist es vorbei? Alles okay? Ich lebe. Sie klopfen uns vor einem Angriff weich. Wir müssen Piersen finden. Hier lang. Ja, ich helfe. Ich schrie. Kann ich Ihnen helfen? Okay, ich kann anscheinend doch niemand helfen. Piersen! Kronk-Panzer näheren sich und trennen unsere Linien. Das ist ein Funkgerät im Gefängnisstand. Mit Feuerschutz bringe ich es zum Laufen. Dein Gefechtsstand sind Feinde. Hey, Sie sind jetzt ein Corporal, verdammt. Benehmen Sie sich wie einer. Ich kann nicht verlangen, dass wir ihn da raus holen. Es ist aus Queens. Nichts Neues. Ich war Unteroffizier. Habe meinen Rang hierfür aufgegeben. Wir müssen was tun. Los! Gehen Sie voraus! Die Welt steht auf dem Kopf. Warte nur, bis ich dir die Nase breche. Hey, Sie kriegen das hin. Mein Howard stirbt, sind Sie erledigt. Stirbt nicht. Ist sie aber doch da. Sind da. Ich halte mich da. Das wird eine Weile dauern. Beschäftigt Sie so lange. Brauchen den Kuss. Scheiße. Scheiße. wow ach so fuck das so so weg mit dem und dann so hier oh nein sein ankunft unbekannt ende 509 ihr kommando wir haben eine notfallanforderung für luftnau unterstützung erhalten übernehmen sie das nach erreichen des zielgebiet ach du ach du scheiße scheiße weißt du was mit maus fliegen wer kamen noch drei minuten nähern uns luftabwehrgeschützen fliegeausweichmenöne auf der flakze entgegen scheiße ne 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 fliegen wir zur spitze der flugstoffe fliegen wir zur spitze der flugstoffe und dann der flugstoffe schreit nacht augen nach deutschen offenhalten feind auf 2 uhr oben ich sehe sie ich sehe sie halten wir sie von den bombern fern formation brechen noch eine gruppe auf 9 uhr lehren sind schnell hey nur hochzieht hochzieht ich kann die nicht abschützeln oh f F sch nach links nach links sch Youtube ok Ich bin ein Scheißpilot! Ich bin ein Scheißpilot, ich bin ein Scheißpilot, ich bin ein Scheißpilot! Ich bin ein Scheißpilot, ich bin ein Scheißpilot, ich habe mich wohl zu früh geweint! Mayday, Mayday!, Mayday! Das linke Ruderkräft, wir verlieren Höhe! Wir sind getroffen, wir sind getroffen! Was ist das denn? Was ist das denn? Oh Gott! ... ... ... ... ... ... Wo oben links hast du den Anstrengung, ich hab grad gesehen. Tut mir leid, das Ding ist nicht so einfach. Ja, ich weiß, dass ich euch beschützen soll. Das nächste überliegende Zeugnis vor, du. Das linke Ruderkräft, die verlieren Höhe. Mayday, Mayday, Mayday! Weggegeben. Wir haben noch eins verloren! Ja, Mann. Durch. Start. Fuß. Kommando hier 509. Die Bomber sind sicher. Bereit für Luftfahrtunterstützung. Verstanden 509. Feindliche Infanterie und Panzerfahrzeuge greifen die 9. Panzerdivision an. Robo Joe! Robo Joe! Geh Deckwood White 5! Wir werden überrannt! Wo zum Teufel bleibt die Luftunterstützung! Durchhalten Deckwood White 5. Flugzeuge nähern sich. Noch 50 Meilen. Ende. Bewegung! Ich renne und sterbe! Bewegung! Ich renne und sterbe! Ich renne und sterbe! Verstanden 509. Feindliche Infanterie und Panzerfahrzeuge greifen die 9. Panzerdivision an. Robo Joe! Robo Joe! Hier Deckwood White 5! Wir werden überrannt! Und zum Teufel bleibt die Luftunterstützung! Durchhalten Deckwood White 5. Flugzeuge nähern sich. Noch 50 Meilen. Ende. Weg sie raus hier! Bewegung! Bewegung! Zurück an die Front! Shit! Shit! Ich kann nicht so gar nicht mal einfach wegrennen! Wir haben die Granate! Komm raus! Spillergranate! Ich zieh keine Spillergranate mehr! Nachladen Zur linken Flanke Lauf Na ja Da muss ich erst mal sehen Oh Da 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 Ich habe dich! Halt er durch, Kumpel! Mir geht's gut. Nicht drauf gehen. Halten Sie die Baumgrenze im Auge! Augen auf! Die Deutschen sind jeden Moment zurück! Okay, dann hier. Naja, wir brauchen Signalraum. Aktivität bei den Bäumen! Jetzt! Eine Feinde in sich! Hörer Panzer! Wir brauchen mehr Panzer! Sie sich nicht auslocken! Ja! Scheiße! Verweich, wacht! Habt ihr dabei! Ich bin dabei! Ich bin dabei! Es gibt mir noch mal Hilfe! Sollte ich, bis die Bomben kommt. Wo sind sie jetzt? Das könnte besser laufen, oh fuck. Boah, ich hab kein Bezüllen mehr, ohne die Bezüllen ist es schwerer. Fang! Zack! Das ging hier mehr. Mit dem Polen. Bevor wir sie mit dem Panzer zerstören, endet hier schon mal die Folge von unserem wundervollen COD WW2. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like. Bis zum nächsten Mal und tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.